Jetzt heilt er sich wieder. Wie sagt er das Inventar? Fast leer, super. Ähm, so, renne! Einmal hier, komm schon! Ja! So, nein! Ja! Komm, ich muss dich hier erledigen! So, und jetzt hier einmal zurück. Komm schon, komm schon, komm schon, wir müssen schneller gehen. Und, Testsündung. Und, und! Sieht gut aus! Puh! Okay. Das hätten wir geschafft. Bitte warten. Ich warte. Ja, alles leer. Das ist scheiße. Lass mich raten. Und er haut damit den Ding ab. Ganz machen. Beilen Sie sich! Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ich traue ihm nicht. Schattelsicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Ja, abwarten. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Mhm. Nein, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Er haut bestimmt ab und denkt sich so, da, lecklächel Loser, ich bin weg. Ernsthaft? Irgendwo haben wir doch hier was wieder Dingsten hören. Immer diese unbesiegbaren Fischer hier. Der ist schlimm. So, jetzt soll ich da einen zurück, ja? Soll ich jetzt den ganzen Weg zum Monorail oder wie oder was? Ich habe doch nicht mal Munition für irgendwas hier. Doch, jetzt habe ich was für den ganz... Muss nur nachladen. So. Soll ich jetzt da hinten irgendwo lang? Ich könnte jetzt aber theoretisch... Wir waren ja hier nicht überall drin, ne? Einfach mal, um zu gucken, ob es noch irgendwas Schönes am Munition ist. Im Moment habe ich nur 300.000 Medipacks. Weil nicht, dass ich es ja nicht gebrauchen kann. Und... Ein Textlog. Wie ich mir gedacht habe. Buchstaben. Überall. Gut. Gehen wir durch die nächste Tür. Um zu gucken hier. Ich bin ein persönliches Logbuch des Käpt'n. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternensystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versichert mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kain, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art... Ich darf nicht zulassen, dass sie auf Schiff übergreift, nicht bei dieser Kostbahnfracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Einführung unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Ja, mir ist schon aufgefallen, beziehungsweise ich habe mir schon gedacht, dass die Besatzung hier relativ gläubig ist. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es fehlt keinen Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Ja, er ist tot. Super, muss ich hier nicht töten. Aber nur gut. Oder er wird zum Übermonster. Das kann auch sein. Dadurch, dass es ja so ein Viech war, dass er sich ernährt eigentlich von toten Körpern und dann hier zum monströsen Dings wird. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich davon halten soll. Insgesamt. Aber okay. Wir kriegen das irgendwie gebacken. Da soll ich lang. Okay. Ich darf nicht rauchen. Scheiße, ich bin eh Nichtraucher. Was bedeutet denn ein Nichtrauchenschild für Nichtraucher? Muss ich jetzt rauchen? Ach, komm schon. Strahlmunition. Brauche ich jetzt ganz sicher nicht, weil ich nicht mal so ein Ding in Staffel habe. Egal. Ich fahre schon jetzt nach unten und wahrscheinlich hier auf zum Manorail. Nach diesem unglaublichen Bossfight. Können wir auch noch mal kurz hier Stopp im Shop machen. Kurz den Stopp im Shop. Gucken wir mal, was wir mitnehmen. Ich würde am liebsten hier Munition für, wie heißt es, für das Impulsgewehr hier mitnehmen. Kann ich so ein bisschen was kaufen hier. Nein, ich übertreibe nicht. Kann auch noch mal ein bisschen was verkaufen hier. Die ganzen Halbleiter, die ich jetzt dabei habe. Na? So. Und irgendwer sinkt hier immer noch rum. So. Auf in die Manorailstation hier. Ich möchte tatsächlich einmal speichern, weil ich habe jetzt schon relativ lange nicht mehr gespeichert. Das wundert mich eigentlich. Ich bin aber eher für die nicht so alternative Lösung. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle Hangar. Sie müssen, Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Und was ist, wenn ich nicht will? Fuzzi, der sich Doktor nennt. Ist doch wahr hier. Moment, dann wird es hier in einem Deck, wo wir generell schon mal waren. Ja, Waffeln leer. Waffeln leer. Nein, die Waffeln sind leer. Nein. Ich muss da drüben ums Eck hier. Hier auf dem Klo waren wir definitiv schon. Wir sind hier auf einer Ebene, wo wir schon mal waren. Ich will hier den Überblick. Jetzt kriege ich das so auf Anhieb nicht immer ganz mit. Aber okay. Merkt schon, ich gehe wieder hier mit gezogener Waffe. So, dann bin ich immer gespannt, wie wir hier im Frachtraum tatsächlich irgendwas großartig erreichen können mit dem Marker. Was genau soll den Marker genau darstellen? Ich habe keine Ahnung. Oh, da war klar, dass da irgendwas rauskommen muss. Ja, ich mache mal ein Wummsgewehr. Oh, Medipick. Munition wäre mir lieber, so wie hier. Da kommt was, aber nee. Okay. Ich soll aber eh da lang. Okay, gut. Frachtsteuerung aktivieren, ja meinetwegen. Fracht wird geboren. Lade wieder nach. Das ist der Marker, ja? Ich habe den Marker gefunden. Meiner. Die Fräume 782 wird ausgeliefert. Für weitere Frachttransporte wird geäußert. Natürlich. Ach, du Kacke. Was zum Geier hier. Wow. Jetzt ist mal gut hier. Sie kommen von überall. Sie sind überall. Sie sind in meinem Kopf. Ah. Ich muss mich heilen hier. Ich muss mich mehr heilen. Mehr heilen. Mehr schießen. Mehr von allem. Ah. Ist da gerade eine runtergefallen? Na gut, dass ich vorher Munition gekauft habe. So konnte ich mich nämlich jetzt hier ordentlich verballern. Noch mehr. Yay. Wow, 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 wow. Links von mir. Doch, komm, schon. Kleines Mistfähig hier. Au. Mehr von diesen kleinen Mistfähig. Dass ich hier niemals treffe. Die alte Wolle hier treffe ich auch nicht. Den ollen Pickel, den er da am Arm hat. Wow, wow, wow. Gehe ich so gut weg hier. So, geht doch. Noch was von irgendwo? Bestimmt. Bestimmt. Ich traue ja hier nichts und niemandem. Fast wie in Dark Souls. Aber nur fast. Nicht ganz so schlimm. Das war klar. Das war klar. Das war so klar. So, warten. Vorsichtig sein und so. Aber hier ist ja eh schon Ende Gelände. Hey, aufgabe erfüllt. Wow. Ich mach gleich Beeilung, aber erstmal muss ich hier so tun, als wäre ich hier voll eine gute Schütze und so. So, komm von überall. Solange sie ja nicht wieder meinen Kopf essen. So, alles fertig, ja? Sieht gut aus. Okay. Nehmen wir alles mit, was ich mitnehmen kann hier. Wie immer. Gucke natürlich, was liegt. Ja, noch so rum, aaaaaaah. Okay. Liegt nicht so viel rum. Alter, diese Schreie, ne? Und diesen Mistfächern. Wow, wow, wow. Da kommt was. Ich hätte es auch mal jetzt merkt, hier. Erstmal was kommt hier. Da machen wir schon fast Fortschritte im Spiel. Meine Güte. Hier einmal kurz zerstampfen, ne? Wegen Aggressionen rauslassen und sowas. Na, die Scheiße hier. Sie sind einfach überall. Aber muss ich einmal Kisten zerstören hier. So. Ich muss da irgendwo lang. Muss jetzt den Weg zurück, ja? Vielleicht. Nehmen wir mit, was ich sehe. Nicht mehr, nicht weniger. Hier. Wo? Da. Ach so. Nur so ein Tentakel-Mistings. Das ist, komm. Geht doch. So.